Ein Krieg ist unausweichlich. Man muss etwas zerstören, um etwas Neues zu erschaffen. Wir sind keine Jedi. Es gibt Gerüchte über Thrawns Rückkehr als Erbe des Imperiums. Was passiert, wenn wir Thrawn finden? So viel mehr, als du dir vorzustellen vermagst. Ich habe den Großteil meines Lebens damit verbracht, in einem Krieg zu kämpfen. Und deswegen bitte ich sie, mir zu helfen, einen weiteren zu verhindern. Wir wissen beide, wer hierbei helfen könnte. Sie ist noch genauso stur wie zuvor. Dein Meister hatte es sicher auch nicht immer leicht mit dir. Anakin konnte meine Ausbildung nie abschließen. Ich verließ ihn, genauso wie ich Sabine verlassen habe. Du hast es mir nie leicht gemacht. Meisterin. Als Jedi muss man manchmal Entscheidungen treffen, die einem niemand abnehmen kann. Aber ich zähle auf dich, dass du das zu Ende bringst. Schicke Frisur? Manchmal fehlt nur das Richtige zu tun, egal welche Opfer man dafür bringen muss. Festhalten. Wenn wir Thrawn nicht aufhalten, war alles umsonst. Du bist zu schwach. Anakin sprach in den höchsten Tönen von dir. Ich bin nicht hier, um über meine Vergangenheit zu reden. Es liegt viel Arbeit vor uns. Einmal ein Rebell, immer ein Rebell. Entlang dabei sind auch nicht eine Rebell. Goal! Du bist hier, immer ein Rebellion. Manchmal опас er Gut сим attachment. Musik Wolff Untertitelung des ZDF, 2020